Wir haben heute Herrn Sahedi im Publikum, finde ich ganz toll. Ich habe mit Herrn Sahedi vor einer Woche, das ist ein Immobilienmarkt in Darmstadt, wer ihn noch nicht kennt, ein Interview geführt. Weil Herr Sahedi ist so ein bisschen Vorreiter im Bereich Immobilienvideos. Einige haben vielleicht schon mal Immobilienvideos gesehen. Hier ist sein Channel, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Einfach mal als positives Beispiel. Das soll jetzt nicht heißen, dass Sie sich morgen alle eine Kameraausrüstung für 30.000 Euro kaufen und eigene Kameramann sich besorgen. Sondern ich möchte Sie einfach ein bisschen sensibilisieren für dieses Thema. Bis zu 40% schneller seien er Immobilien verkauft. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz zeigen, wie sowas aussehen kann. Ich habe die offizielle Bestätigung. Herr Sahedi verkauft seitdem schneller. Herr Sahedi kommt natürlich mit Kameramann an und macht unheimlich Aufwand. Er verkauft zumindest hierüber 40% schneller.